Ja, und jetzt wo du Prozesse erwähnt hast, würde ich das gleich aufgreifen wollen und sagen, es ist einfach, also Prozess wäre ein gutes deutsches Wort dafür und im Englischen gibt es den schönen Begriff der Standard Procedure oder auch Standard Operating Procedure, wenn es mehr Richtung Militär geht, aber ich glaube auch in der Pharmaindustrie zum Beispiel, verwenden sie genau denselben Ausdruck und meinen damit einfach, es gibt sowas wie, egal ob das jetzt so, du das eine Checkliste nennst oder ob das einfach ein definierter Prozess ist und sozusagen die Idee ist, du möchtest nicht ständig sozusagen freihändig überlegen, wie du musst denn heute, sondern du gehst her und hast dir einmal etwas überlegt und hast es damit definiert und auch standardisiert und das hat natürlich viele, viele Vorteile, weil du einfach dann sagen kannst, okay, machen wir das eigentlich so gut genug, wie wir das wollen oder gibt es da vielleicht Verbesserungspotenzial und dann kannst du sozusagen hergehen und diesen Prozess verbessern und das ermöglicht am Ende des Tages hoffentlich, dass wenn alle diese Prozesse intus haben, dass eigentlich ständig jeder weiß, was zu tun ist und dadurch sollte sich dann in der schönen Theorie ergeben, dass du nicht mehr ständig dringende Dinge tun musst, weil sozusagen alles in den richtigen Fahrwassern sich bewegt und dann kann man dann in der schönen Zeit